So ihr Lieben, es geht schon wieder weiter. Let's play Mystic Rest mit Darth Vader. Wir sind im Luftschiff von Julius und hoffen natürlich, dass wir den ganzen Kram auf Anhieb hier bestehen werden. So, mit uns dabei ist Bokard. Das ist hier der alte Sack dort oben. Ah, perfekt. Geiler Scheiß. Man kann die Schüsse abschießen sozusagen. Das ist sehr gut. Ah, Hilfe. Autsch. Okay, glücklicherweise hatten wir ja hier erst genau im Raum daneben gespeichert. Ah. Weg, 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 hier. Ganz böse Viecher, die Dinger hier. Ey, bewegt dich. Oh, 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 oh. Muss man doch hier irgendwie durchkommen, Mensch. So. Jetzt sind wir zum Beispiel schon mal... Okay. Das ist ein bisschen... Äh, ja. Okay. Wie hätte es anders sein sollen? Jetzt geht's wieder los. Das ist also auf jeden Fall ganz böse Gegend, dieses Schiff hier. So, äh, ja. Ich glaube, es wird anders... Es ist an der Zeit, sich hier mal ein bisschen... Äh, Lebenspunkte zurückzuholen, bevor es hier weitergeht. So, ignorieren und durchschwapp. Na gut, mal schauen, was es dann hier gleich gibt. Vielleicht kommen wir ja auch verschlossen, na, wie soll's anders sein. Ähm, Magie, Magie, ne, wir brauchen ja Schlüssel, so. Ja, gut, okay. Ich glaube, das hier ist der einfachere Weg. Um hier... Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön, immer schön. Alles gut. Ich glaube, wir sind hier auch voll auf dem richtigen Weg gerade. Ja, so ein paar Sachen, da kann man einfach nichts gegen machen. So, unsichtbare Gegner erschlagen, auch schöne Sache. Okay, gehen wir doch gleich mal hier hoch. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas tolles finden, außer ein paar Wolken. Ja, wir haben Wolken als Gegner. Ist ja auch eine hübsche Angelegenheit. Komisch. Ah, was geht denn hier ab? Krass. Stehen hier 50 Gegner? So, gehen wir mal hier runter. Ja, das ist wohl der richtige Weg. Oder auch nicht. Äh, okay. Na gut, dann müssen wir einen Weg anscheinend doch wieder zurück. So, mal schauen, was da in der Kiste drin ist. Der alte Opa macht hier den Berserker-Modus. Ja, Lebensenergie. Der rennt gerade aus und massacert da vor sich hin. Ja, hier geht die Action ab. Also, ist ja echt... Ich muss sagen, ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt. Dieses Spiel ist eigentlich recht schwer sogar. Und ob das glaubt oder nicht, aber ich gehe auf Kraft. Glaube ich. Ja, ich gehe auf Kraft. So. Mal wieder. Wollte ich noch nicht alle. Okay. Wir sind hier leider immer noch falsch. Das heißt, hier müssen wir vielleicht irgendwann später noch hin. Erstmal geht es für uns hier rein. Und da durch. Ne, Waffe brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier einen Gegenstand. Und zwar der Pigel. Schwupp. Genau, jetzt kommen wir hier durch. Hm. Irgendwie kommt mir diese Stelle hier bekannt vor. Ein bisschen sehr bekannt vor. Okay. Also, jetzt bin ich echt ein klein wenig verwirrt. Sage ich mal so. Alles klar. Von hier kamen wir doch, oder nicht? Jetzt gehen wir hier durch. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt gehen wir da rein. Das ist wirklich oder? Also ähnlich. Und dann gehen wir hier hoch. Und wenn wir jetzt hier lang gehen, dann sind wir doch genau hier. Krass. Und hier sind wir wieder draußen. Ist ja, äh, schon interessant. Wie geht es denn jetzt weiter? Oh, oh, oh. Ja. Die halten aber eine Menge aus, diese Viecher hier. Lebensenergie, gut. Sterben können wir zumindest schon mal nicht. Zumindest sollten wir nicht. Das ist ja schon, äh, interessant. Ich muss doch irgendwo, na, ist eigentlich auch total blöd, dass ich hier jetzt gerade eben meine ganzen Pickel drauf gehen lasse. Aber man kriegt zumindest eine ganze Menge Lebensenergie wieder dazu. Weg, 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 weg. Wo geht es jetzt hier lang? Das ist jetzt, ja, nee, ist klar. Schon besser. So, dann gehen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück, würde ich sagen. Und gucken, ob es hier noch irgendwo irgendwas gibt, wo wir noch nicht waren. Waren wir hier unten schon? Aha. Sehr schön. Na, das sieht doch gut aus. So. Ich glaube, hier hätten wir wohl lang gemusst. Jetzt kennen wir schon mal das halbe Schiff. Äh, ja, okay. Einfach nur, um nicht geradeaus gehen zu müssen, ne? So. Mal schauen. Verschlossen. Dann gehen wir erstmal durch die offene Tür hier. Jawohl. Ja, mit ein bisschen Glück können wir... Ja, wir können hier schlafen. Ausgezeichnet. Die Gelegenheit nutze ich gleich zum Abspeichern. Schwupp. So. Weiter darf es gehen. Jetzt gehen wir in den abgeschlossenen Raum. Machen wir hier erstmal... Aha. Ich bin mir ein klein wenig... Oh, da ist es. Das Mädchen. Oh, oh. Gut, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Ähm, dieses komische Geräusch, was ihr im Hintergrund hört. Das ist nicht von mir. Das ist, äh, gerade eben der, äh, das Luftschiff gewesen. Das hat sich gerade in Gang gesetzt. Wie es weiter geht, das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Ich mache hier erstmal eine kleine Pause. Euer DAS, Wiener meldet sich ab. Bis später. Bis später. Bis später. Vielen Dank.